Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wink soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen. Dann entlösen wir die Westfront. Haben Sie noch zwei Fälle, leider Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Ich habe mich klar genug ausgedrückt. Ich habe mich klar genug ausgedrückt. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wink soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Es ist being captured. Mein Führer, ich kann nicht zunassen, dass die Soldaten die für Sie verbrüchen. Die Stadt Feindlinge! Verreiter! Verklager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheilig. Die Klinge-Armee ist doch kein Schmeich des deutschen Volkes! Sie sind alle Ehren! Das war ein Befehl! Der andere Steiger, das war ein Befehl! Mission ends in 60 seconds. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wink soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Ach! Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Ja! Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßene Sowjetverbände in einem rücksichtslosen mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020